Also es ist so geil, Hanna. Es ist voll gemütlich. Wir sitzen zwar leicht bei der Kugel, aber es ist echt voll gemütlich da. Es ist echt so geil. Es ist total geil. Weißende Gitarren, Riffs und Hammernde Drums gibt's heute hier bei Kona Rock 2010 im Blue Dash. Insgesamt fünf Bands gibt's hier heute im Kona Saal Vollgas. Und ich freu mich drauf, richtig abzurocken. Und ich freu mich drauf. Hallo, ich bin der Nette. Ich bin die Petra. Ich freu mich! Yeah! Ich bin die Petra. 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 Ich bin die Drumsplätze. Ich stimme dich mit dir in den Oh, das ist so. Wer mal Alternativen, aber richtig geilen Rock hören will, der sollte das nächste Mal vorbeikommen beim Krona-Rock im Vödesch.